ja super geil sind wir im wunderbaren raum des todes mit unter tausenden von kreuzen ach scheiße hat er jetzt runter? kann man da hin? oh das ist eine ganz blöde idee hallo ja dann lasst doch fallen das ding oh nein äh feuerzeug da ist mein hammer ja es ist schon schön hier ja okay alles klar äh okay jetzt sind wir hier durchgerobbt entspann nicht entspann nicht entspann nicht jetzt sind wir hier irgendwie durchgerobbt hallo die kurbel fehlt die kurbel fehlt mehr nahm wo die jetzt herkriegen sollen äh äh okay lasst uns ein kreuz holen die volle bleibt doch eins so packen wir mal erstmal vollerzeug weg kommentiert doch kommentiert 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 Oh, yes, baby, yes. Oh, jetzt wirkt er mit. Jetzt ist er ein Geister. Aber ja, ein Pumpkin. Geil. Ein bisschen Sicherheit. Yeah. Geile Mucke. Jetzt ist er bei einer. Das ist, man, ey, ihr seid so eine Penner, ey. Man. Also eigentlich auch totaler Quatsch. Was willst du halt mit der Pumpkin irgendwie, ne? Jeden Geister. Aber man denkt so, ey, man hat so einen Hauch Sicherheit. Und dann machen die so einen Scheiß. So einen Scheiß. Ach, ey. Oh, Mann. Aber die Mucke war cool. Die Mucke war cool. Na, toll. Na, dann wollen wir mal zurückklettern. Kann man auch runterspringen? Und mal probieren. Wir probieren es mal. Oh, oh, oh. Wie Gianni war, oder? Aber da, doch. Okay. Ah, ähm. Ah, ah, ah. Geh, geh, geh. Hier ist Hammer. Kann ich denn jetzt eigentlich noch das Feuerzeug mitnehmen hier? Kann ich ja nicht auf das Menü zugreifen. Ist ja auch nicht schlecht. Okay. Könnte man es denn nehmen? Ja, Mann. Ich hab's genommen. Gut. Na dann. So, die Spiegel. Oh, je. Die scheiß Spiegel. Ähm. Hier vorne hatten wir ihn. Hier haben wir ihn. Was muss ich eigentlich mal hier? Hier mal ein Kicken. Storage Room. Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Oh. 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 Okay, 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 okay. 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 Oh. Ein Hatschuh. Oh. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Ah, komm. Chill mal, Kumpel. Chill. Da ist ein Spiegel. Ach, shit, ey. Oh, ne Treppe. Ne Leiter. Pin. Angenehm. Ah. Ja, und Vergnung. Oh, 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 oh. Es klemmt. Vielleicht kriegst du es mit dem richtigen Werkzeug auf. Probieren wir mal die Holzhammer-Methode. Okay. Der Hammer scheint es wohl nicht zu sein. Hallo? Wo ist... Nimm da erst Feuerzeug. Ich habe noch den Storage-Room. Ne, ist er nicht Storage-Room, sondern das war... Oh, 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 oh. Ja, ja. Was ist denn jetzt drauf? Der Strom-Raum? Okay. Gucken wir mal weiter. Was ist das ran Vorsicht? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. so kommt entspanne ich mal ein bisschen spiele nein hoch ab, Alter, hoch ab geh weg geh weg was hat dich so lange, George? you know when tea time is and yet you always find a way to be late were you in your study room again scribbling nonsense and talking to your recorder I'm beginning to think you love your work more than me I know you tire of me oh yes I know you'd have me gone in a heartbeat if you could it's just, I'm I'm sorry I'm just tired would you be a doll and fetch me some of my special tea you know where it is I'll wait here, George oh oh eine Kassette haben wir hier unten oh kann ich machen ja, das funktioniert natürlich nicht können wir nachher nie den Schlüssel ein bisschen Angst hier aufzuheben irgendwie, wie ist was denn passiert für eine Scheiße ich nehme jetzt diesen Schlüssel ja tu mir bitte nichts ah ja, das ist für die für die Teekiste auf dem Dachboden ja jetzt ist doch hier sozialer Dreh- und Angelpunkt hier die Küche Mäuschen oh du musst du musst es mit beiden Händen greifen, um es zu verwenden wow 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 ja, nee ich denke nicht, dass ich Dolores mit beiden Händen greifen werde, um es zu verwenden das nein 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 ich möchte das nicht kann ich hier irgendwie noch hin? nee kann man nicht weiter interessant auch sein ja grundsätzlich ist jetzt keine Kirche nee ich gehe dich nicht hin ok kannst du alles nicht nehmen oh wir sind entspannen ok ok also wie es wer wir wirklich sind wir sind nicht George wir sind Wayne das ist ja vollkommen klar ja ist ja total schau hier ist ja schön ah ich gehe mal hier irgendwo ins Licht löscht bitte löscht Kerzen wir sind hier mal mit Licht los hier kommen Licht 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 wie wo nee lass mich wie was scheinbar kann ich mich innerhalb des spiegels irgendwie ein bisschen entspannen muss man damit schon entgegen so dann würde man sagen immer noch mal raus zu gehen schön 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 oh gott was denn das da was ist denn das nun so na dann hat bei jeder eine halbe stunde spielzeit und dann ist hier vorbei und spielplatz ok hier brennt was flamme krass also sagte willst aber die leute haben auf jeden fall serie an das heiland her gespielt irgendwie also das ist ja erinnert mich ja direkt daran oh gott bin ich jetzt raus aus dem haus gibt es mehrere häuser das ist hier eine bank ok möbius schleife alles klar ok also in die richtung geht schon mal nicht ja hier dasselbe in ok selber in grün mal schauen ob ich hier irgendwas Platz finde schauen wir uns mal um sehr einladend für kinder hier ne also verletzungs cv ist quasi minimiert ist quasi nicht existent schön schön Sollen wir hier hochklettern? Können wir hochklettern? Nicht wirklich. Ah, schöne Gasflasche hier auf dem Kinderspielplatz. Läuft! Läuft! So, okay. Ich vermeide es ja nicht dunkler als davor. Ich... Wollte mal sagen, wir kommen hier nicht weiter. Die Frage ist jetzt aber, wie komme ich aus dem Keller raus? Wie komme ich auf den Dachboden? Ähm... Ja, ist ja auf immer duster geworden hier. Schön, Maurerkelle. Äh, was ist denn das jetzt? Jawoll! Nächste Loch, wo wir rinspringen. Visage. Fire in the hole. Äh, das wird... Mit wann? Warum? Wie geht's! Bring me my chiiiild. Bring me my chiiiild. Okay. 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 Kurz mal hier im Licht entspannen. Kann ich denn... Menü ist voll bis an das Dach. Wenn ich das Zeug jetzt unten immer finde, irgendwie. Seht ihr die Kamera auch dazu? Ich würde mal sagen, ich poker hoch. Probiert mal. Lass die Kamera jetzt hier mal fallen. Ah, da ist ein Spiegel noch. Okay. Let's do it. Okay. 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 Hä? Ah, alles klar. Super. Was ist das? Was ist das jetzt? Aha. Ja. Ist ja schön. Ja, es... Na, was hat er gesagt? Es muss ein Muster ergeben, ja. Es muss ja ein Muster ergeben. Aber irgendwie gibt es gar keinen Hinweis darauf. Ja. Schön. 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 Ah, Schawapski. Klammer an. Ah, okay. Hat mir Röscher. Ah, okay. Uhren. Okay. Mal aus das Ding. Ah, okay. Höher und für... Ja. Der Code aus dem Schlafzimmer bringt uns ja hier wohl nix. Was? Ja, das weiß ich erstmal nicht. Aber wir haben... Wir könnten uns oben nochmal die Kassette anhören. Ja, komm nochmal ganz schnell ein bisschen entspannen. Wir könnten uns oben die Kassette anhören. Puh. Wann kommen wir denn da? Bringt das jetzt hier irgendwas? Nee, wirklich. Wann? Nee. Nee. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, Alter. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Möchte ich nicht. Möchte das einfach nicht.